Und ich kotze ab, ey. Ich kotze ab! Der Dumme will hier nicht finden. Ich befehle dir, aufzugeben. Ich bin sauge, Mann. Scheiße. Was denn? Ich wollte er gar nicht aus Versehen. Idiot. Wie weit er gucken kann. Sicher. Fall ins Knie. War das wie auch eine Kraute damals oder so? Kommt auch noch. Achso. Die Banane kommt auch noch. Ah. Komm schon, ich will den Gegenstand finden. Mann, das gibt's doch nicht. Der ist hier irgendwo versteckt. Ich kann's riechen. Ich rieche nicht. Das stinkt. Vielleicht kann ich hier nochmal mit dem Seil rumfummeln. Komm her, Seil, Seil, Seil. No. Der B ist nicht schlimm. Alter. Zu bescheuern. Jetzt verändert sich die Landschaft ein bisschen. Vielleicht kann man dann mehr machen. Ja, hab ich ja gehofft. Ah, das ist der Baum. Das ist der Baum, siehst du? Ja, das ist doch seinen Zweck erfüllt. Was für einen Zweck der haben sollte. Was ist der Zweck? Trampoli. Trampoli. Punkt. Kann man jetzt hier hochspringen? Nee. Hey, Mann. Gar nichts, ey. Was man machen will. Wir haben dann... So cool, mich. Wir haben dann nichts übersehen. Blob. Was ist denn da oben eigentlich? Kann man jetzt hier kaputt machen? Es dreht sich ein Glücksrad. Es dreht sich. Ein Glücksrad. Eine Glücksspirale. Eine Glücksspirale, sagt der Kevin. Und ich kann hier nicht weiter. Jetzt singe ich alles. Komm, jetzt hau den da oben auf die Fresse, ey. Auf die Zwölfe. Jetzt mochte er da unten rum. Komm, auf die Fresse. Hab ich von. Wieso ist das anhören? Was macht der jetzt? Da steht. Guck mal her. Der ist eingefroren. Jo, was geht? Warum? Ich weiß nicht. Oh nein. Ich will wirklich was. Buggy. Jo, Buggy. Warte, vielleicht bringt dir das hier was. Hä? Warte mal. Ich kann ja nicht mehr hitten. Mich kannst du aber hitten. So bescheuert, ey. Was geht denn hier? Sie sind verflugt immer mit uns, ne? Ja, jedes Mal kommt irgendein scheiß neuer Bug. Ja, muss ich aussteigen oder was? Weiß ich nicht. Leute, jetzt hat er sich kurz bewegt. Ich würde sagen, das haben wir verkackt, ne? Ja, die sind, glaub ich, eh schon vorbei. Ja, ich wüsste nicht, warum... wo da was sein sollte. Ja, komm, dann. Muss es abbrechen. Ob es jetzt nicht weitergeht. Ja, dann komm rein wieder. Ätzend, ey. Ich krieg dich nicht kaputt. Ich kann kommen. Weil das Karneval... Oh, die Pfeile prallen ab. Ja. What the fuck? Dude. Ja, komm, dann. Hören wir auf. Zum Kotzen. Das wird's. Eine goldene Truhe. Ne, zwei. Die Treppe. Wir haben alle jetzt gefunden. Es fehlt halt noch der eine Gegenstand, den wir nicht gefunden haben. Aha. Bei dem anderen eben auch, ne? Ja. Ja, wir gehen's einfach durch. Im Moment, hab ich jetzt irgendwo einen Stift? Genau. Gib mir mal den Stift da. Ja, hau voll gegen das Mikro. Ja, natürlich. Höppel, ne, nicht. Doch, hört man. Nicht? So, ähm, such schon mal die nächste Mission aus. So, was war das jetzt? Amon Hen? Hier, ist das jetzt die Mission? Amon Hen, ja. Amon Hen. Amon Hen. Und die andere? Die Mutter. Ähm. Moria, ne? Moria. Morias Mutter. Morias Mutter. Moria. Heißt, der ist ein Geschwister. So, der fehlt auch ein Gegenstand. Einmal, äh, gegen Schäden, macht man ja nicht. Es gibt einen Entschutz-Truhen. Er ist, wenn das auch gibt, natürlich, na, hier. Ja, mit einer. Prolog, guck mal, den Prolog fehlt so weit. Von mir aus können wir den Prolog machen. Fähler, wo die gar nicht zu tun. Keine Ahnung, gehen hoch, vielleicht gibt's noch was anderes. Pass von Karotras, hatten wir letztes Mal, ne? Wollen wir den nicht machen. Wir wissen ja nicht, wo das ist. Ist halt alles so eine scheiß Sache, ne? Wir machen die, finden nix und haben wieder zwei Minuten umsonst. Ja, das stimmt. Ja, dann lass entweder Prolog oder Ger mit Treppe machen. Okay. So, mit dem Fahrrad entgegen, hab ich irgendwo was getrückt. Ja. Let's go! Jetzt ist mir morgen noch hier. Ja. Meine Fresse, ey. Seine Fresse sieht so aus. Wie sieht die aus? So. Schön. Ich hab ja gemalt. Hä? Ich hab grad einen Schrecken bekommen, ne? So. So geht die Scheiße los. Weißt du, was ich meine? So geht die Story los, als ich den Spielstand überschrieben habe. Oh mein Gott. Herzinfarkt. Guck mal hinten. Da sind die Pfeile. Warum haben wir die vorher nicht gesehen? Oh lol. Hä? Guck mal, ich guck eine Sekunde hier rein. Schau, ich bin hier vorher drin, ne? Guck mal. Oh, sterblich. Kann er hin? Echt? Ja. Eins. Warum hab ich das vorher nicht gesehen? Ich hab das vorher auch nicht gesehen. Ich hab das vorher auch nicht gesehen. Ich hab das alles abgezogen. Guck, ich guck, ich hab die Mission startet und ich hab schon... Ich hab schon gesehen. Zwei von drei. Was fehlt denn noch? Nur die goldische Schatz, wenn die jetzt da ist, ne? Ja, natürlich ist die das. Oh mein Gott. Domei tut weh, ey. Da hat man einen Kopf fassen, ne? Ja, packt die einen Kopf, ey. Okay. Ah, jo. Oh. Was ist das? Sauron. Der Kopf von ihm zumindest. Acht Milliarden haben wir fast. Schön. Foll ich heute aus. Ich foll ich heute aus. Schon dumm, ne? Vielleicht war es in die anderen Sachen auch voll offensichtlich, die wir eben nicht gesehen haben. Glaube ich nicht. Ja, irgendwann machen wir die Mission neu und denken wir... Oh mein Gott. Guck mal, es fehlt noch zwei goldene Schätze. Ah, die Prozent. Loll. Alter. 97. Ey, wir haben es fast, ey. Die geile Treppe jetzt. So viel haben wir gar nicht gemacht. Wir haben... Ähm... Los. Okay. Wir haben... Wie viel Prozent gemacht? 94,5 hatten wir... Wir haben 2,5 Prozent gemacht. Das ist so viel. Und drei haben wir noch. Alter. Alter. Wenn wir jetzt die goldenen Schatztruhe genommen haben, wir haben es bald. Freue ich mich voll drauf, ey. Durchgezockt. Oh nein, ich schaue. Was fehlt uns da? Goldenen Schatztruhe, ne? Ja, und gegen. Ja, dann brauchen wir nur auf den Gegenstand. Ne, nur goldenen Schatztruhe. Ja, dann brauchen wir nur auf den Hinweis achten. Ah, da ist ein weißes Zeichen. Hinweis. 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 Da, guck da. Hinweis. Hinweis. Oh mein Gott. Du bist ein Spaß. Das, was du vollfassst. Ja, komm, da ist einfach weitermachen. Ja, ja, ja. Geh' auf, hier hoch. Äh, geht noch nicht so. Ne, so einfach geht es nicht so. Einfach gegengeschießen. Kann man bauen. Ein Ort, der mit Axt umgehen kann. Yeah. Warte, und, und klettern. Warte mal, klettern kann ein Ork auch. Kletterstiefel. Wo sind sie denn? Die hatten wir doch, ne? Hatten wir die? 100 pro. Ja. Ich spaziere da hoch. Ich spaziere da hoch. Jetzt brauche ich eine Schaufel. Wie schnell ich die Pferde lesen kann. Tut mir leid. Niuuuu, hast du gehört? Das war deine Pferde. Niuuuu. Die Niuung, Gerda. Nein, so schnell hast du es gemacht wie so ein Ferrari. So Niuuuu. Oh mein Gott. Warte, kann man mit der... Du hast voll im Kopf gefallen. Kann man mit der Quietscheente... Komm mal, Spielzeugstein, kann man damit... Kann man die als Seil benutzen? Ja, klar. Oh mein Gott. Ist das geil. Komm mal. Naja, blind dürfen wir jetzt trotzdem nicht sein, ne? Warum? Ja, darum. Ja, aber wir müssen halt drauf achten. Was macht man denn mit so einer Feder eigentlich? Ich glaube, jeder Gegenstand hat irgendwie einen Sinn. Niuuuu. Achso, ich muss das Puzzle erst mal vorstellen, alles klar. Habe ich keinen Dings. War es nicht die Mission, wo wir diesen Opa-Fahrstuhl gefunden haben? Doch. Nee. Nee, 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 das war fast. Nee. Da mussten wir die Treppe hoch. Nein, das war die. Das schon? Nee. Das war die. Nein, das war im Schnee. Ach, das war die. Du siehst es ja gleich. Ich weiß, ich habe recht. Wollen wir wetten? Ja. Können wir gerne machen. Ich habe Angst. Ich bin da sicher. Was wetten wir denn? Ohn Bier. Ohn Bier? Ja, um Bier. Alkohol. Okay, habe ich noch zu Hause. Ja. Unser Bier. Was? Unser Bier. Ja. Hier, grab mal aus hier. Mach mal hier noch Buddelbuddel. Ich wette unser Bier. Geil. Ja, darfst ich, darf eh es halt trinken und du nicht. Guck mal, die hüpfen da schon hin. Ja. Jetzt musst du schieben. Ach. Ne? Und so. Ich weiß, ich habe es schon wusstest, ne? Aber Kevin ist dumm. Ja, tut mir leid. Ist halt so. So, auf die Hinweise sag ich jetzt. Haben wir die Extras, äh doch, die Extras haben wir alle aktiviert. Ja, steht da 3800. Trollig wäre es natürlich, wenn jetzt einer von uns dieses eine deaktiviert. Spielwerferfungzeit. Ah, der Hunde 135 habe ich. Ja. Sperr dich ein. Warte. Schade, es wäre so geil gewesen, wenn ich dich eingesperrt hätte. Ja, wahrscheinlich nicht. Da wäre ja noch eine Lücke. Nein. Hinweis, Hinweis, wo bist du? Hinweis, 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 Hinweis. Was machst du da zum Speichern? Ich bin schon Bogen dran. Ich brauche einen Bogenschützer. Einen Bogenschützer. Da ist doch einer. Also hier ist kein Hinweis, ne? Ja. Okay. Bei dir geht's. Hier auch nicht, ne? Das hier war's auch nicht, ne? Hatten wir die kaputten Pflanzen alle gefunden, ja? Oh Gott. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Aber die wurden uns ja auch nicht angezeigt. Also gehe ich davon aus, dass wir die gepackt haben. Ja. Wo ist mein Klettern, der Ork? Da, der hier. Der hat da eigentlich... Mann, wo sind... Wieso hat der schon jetzt seine Schuhe ausgezogen? Scheide, ich kann doch nicht. Da ging Dunkelheit. Ich sammle und sammle Punkte. Ich kann halt in der Decke laufen. Hahahaha. 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 Hat zwar geklappt, oh mein Gott. Oh krass. Hahahaha. Hahahaha. Alter, ist das schwer. Aua. Ups. Also wir schaffen's in diesem Spiel irgendwie immer trotzdem noch zu sterben, ne? Ja. So gut. Obwohl wir nicht runterfallen können. Ist doch witzig. 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 Witzig.